Zitrone Die Zitrone. Pass mal auf. Hier, guck mal. Da. Die Zitrone. Da. Das ist die Zitrone. Die Zitrone weg. Möge. Die Kartoffeln. 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 Die ist auch für die Banane. Genau, auch für die Banane. Wo ist die Banane? Zeig mir mal hier die Banane, Lamia. Alle meine Händchen schwimmen Alle meine Händchen schwimmen Mama! Ja? Mama! Ja, bitte? Ja, bitte. Soll ich auch mit singen? Nein, nein! Ah! Mama, weiter Musik! Alle meine Händchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, schwänzchen in die Hügel, endlich ist es jetzt, hätte ich gesagt. Werder Bremen, lebenslang grün-weiß, wir gehören zusammen. Werder Bremen, unser Leben lang, und der neue deutsche Meister, kommt wie immer aus München. Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Ohohohohohoh! позволière Ich will nicht gleich in meine pratique! Oh, hast du mit dir heimlich Django geguckt? Django! Krass! Machete haben wir geguckt, gestern? Wie Machete? Machete! Achso! Schau mal hier! Äh! Hallo! Zurück wieder! Hüpp! Zu früh fallen lassen! Nimm den Grün! Wo ist der Grün hier? Ist doch ein solcher Lama-Greis, oder? Ne, zwei, aber hat man eigentlich... Ja! Willst du nicht? Das ist so lustig! Ich dachte, was ich nicht gesehen habe, Mann! I threw in the water bottle? I didn't close the tiny mouth? Hahaha! What? Was die da was in here? Ja! Ja! Das ist so lustig! 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 Hoch oder rot ist denn die Knochen klappen zu sein? Hahaha! Mach mal Musik! Spaut den Papa ein! Das machen sie auch! Müde Knochen! Und alte Knochen! Und alte Knochen! Sie! Haben wir Platz da? So! So! Weg! So! Weg da! Weg da! Genau! Supi! Dann wollen wir mal die Spielmaschine ausräumen, ne? Hilfst du mir? Ja? Ja? Ja, du kannst mir helfen, mein Schatz! Du kannst mir helfen! Nehmen sie! Nehmen sie! Hm-hm-hm! Hm-hm! So! Hier räumen wir jetzt die Spülmaschine aus! Wir sind mal wieder alleine! Dominik ist mit dem Janik neben an Fußball gucken! und klarer wollten zu klarer filmen und spülmaschine ausräumen gleichzeitig geht nicht und wir sind jetzt hier und man da möchte kann mittagsschlaf machen du musst du helfen ja draußen ist so schlecht ist so am reken sauber geworden mit der hand machen guck mal hier dass dein deckel von deinem baustein kannst du auf dein links legen schatzi mein handtuch dass mein handtuch ja mach krach gib mir ein neues was ist ja Ja. Machen wir das hier jetzt schnell. Dann wischen wir nochmal kurz den durch. Jetzt haben wir es sauber. Dann kann man gar nicht rausgehen bei dem Wetter. Ist alles nass. Wenn es regnet, ist es doof, ne? Vielleicht gehen wir trotzdem nicht. Wenn es regnet oder aufgehört hat. Pass auf, Schatzilein. Musst du aufpassen, ne? Musst du aufpassen. Ich bin so müde heute, aber schon seit 6... Stoppst du jetzt die ganze Banane da rein? Abbeißen! Ich bin jetzt schon seit 6 Uhr wach. Oh, voll fertig! Dominik hat gerade geschrieben, er möchte eine Pizza bestellen. Pizza bestellen! Yes! Ach, man hat sich die ganze Banane in den Mund gestopft. Kannst du nicht machen! Abbeißen! Äffchen! Genau, abbeißen! Du hast sogar keinen Hunger, ne? Du hast gerade schon so viel gegessen. Du hast ja gar keinen Hunger. Äh! Ja! Weil ich den gerade schon sauber gemacht habe. Durcheinander ist die Mama. Feucht hoch also eigentlich für dich sein. So. Ja. Wir müssen noch gucken. Ich finde nichts. Vielleicht könnte ich mir da helfen. Ich brauche so einen USB-Stick für den Laptop, wenn wir nach Holland fahren, damit wir Videos hochladen können. Denn ansonsten können wir nämlich keine Videos hochladen, weil wir da gar kein Internet haben. In dem Haus. Und, äh... Aber am besten natürlich ohne Vertrag. Ich habe bei Deal geguckt, aber da ist nur für Deutschland. Das ist nicht fürs Ausland. Ja, weiß ich auch nicht. Manchmal irgendwie... Also das meiste, was ich gefunden habe, ist echt nur mit Vertrag und so. Und wir brauchen das ja eigentlich... Weiß ich nicht, ob es sowas gibt, was man aufladen kann. Oder sowas ähnliches. I don't know it. Vielleicht kennt ihr euch da ein bisschen aus. Also wir brauchen Internet, damit wir Videos hochladen können. In Holland. So ein Stick, wo Internet drauf ist. Wenn möglich. Wo wissen die denn, ne? Mit deinen großen und coolen Auge. Du klein guckst mich an. Du hübsches kleinest Ding du! Warum bist du eigentlich so süß? Hm? Du und deine Schwester. Das ist die Antwort? Warum bist du so süß? Sag nochmal. mal! Ach, deswegen seid ihr so süß. Okay, jetzt verstehe ich. Ja. Ach, ehrlich? Ja, erzähl mir noch mehr. Ja, erzähl mir mehr. Tell me more, tell me more. Tell me more, tell me more. Jetzt ist dein Part. Ja, genau. Ja, so eine süße Maus. Ja, echt? Oh. Hast du so viel zu erzählen? Willst du mal Politikerin? Blablabla. Blablabla. Ja. Findest du schön, ne? Findest du schön, wenn du andere unterhalten kannst? Ja. 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 Mama? Aha. Habt ihr das gehört? Ja. 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 Ja, erzähl mir mehr. Kann ich nicht genug von bekommen. Kann ich mir den ganzen Tag anfangen, wenn du erzählst. Oh, du bist aber müde. Ich bin so cool. Ah, ja. Ah. Ah. Pizza time. Ich mache es auch wieder da. Schmeckt? Ja. Wir können auch noch spielen, ja. Danke. Danke. Bitte. Ich mag es. Ich weiß nicht, aber so einen Schluck probiere ich jetzt noch. Mega süß. Ich habe das Gefühl, die wird immer süßer, die Sprite. Ich bin sowieso nicht so die Sprite. Cola-Fanta trinken. Ja, so eine Cola-Pizza schmeckt ganz lecker. Kannst du mal einen Schluck? Ja, aber dann haben sie auch wieder Wasser her. Oder Bier. Guckt ihr da? Irgendein Quatsch. Wir können auf jeden Fall rumschalten. Braucht kein Mensch so weit. Mausi? Warum ist denn dein Zimmer so sauber? Ist mein Zimmer sauber? Finde ich schon. Ich habe es ja auch nicht aufgerückt. Wahnsinn. Warum bist du... Warte mal eben. Was ist denn mit der Kamera los? Warte, bleib mal stehen. Hä? Was ist? Was ist denn mit dem Ausmachen? Oh, jetzt ist besser. Du warst so merkwürdig. Blast? Nee, so komisch gelb. Ich bin gelb. Du warst gelb. Jetzt bist du nicht mehr gelb. Pst. Ich habe keine Unterhose. Oh. Ja, dann zieh dich mal zurück. Dann rühre ich dir meine Unterhose aus. Du bist eine Pflaume. So, da haben wir doch schon eine. Na, aber schön, dass dein Zimmer so sauber ist, Schatzi. Finde ich gut. Wie alt ist ein Iron Man 3 überhaupt? Ja. Er war berühmt. Ich kann mich mit dem Iron Man auch nicht so Hause. Ich kann nicht. Ich glaube, ich habe ein kurzes Snickerschen gemacht. Ich habe gedacht, du hast ein kurzes Snickerschen gemacht. Joanna ist jetzt im Bett. Und wir testen jetzt Amazon. Oh. So. Amazon Prime haben wir mal Tests halber hier gemacht. War nicht mal schlecht. Aber sind jetzt alle Filme so? Was gibt es denn noch so, was man gucken kann? Neueres. Sind das jetzt alles Sachen, die man da hat? Oder ist das jetzt nur wegen der Probezeit? Weil viel finde ich das an Filmen, finde ich das nicht viel. Ne, sag einfach irgendwas. Muss wahrscheinlich eingeben zum Suchen. Waterworld. Kannst du nicht was von diesem Jahrhundert sagen? Mama Waterworld. Walking Dead. Warte doch schon. Ja, Waterworld. Sag. Kannst du gucken. Ja. 4 Sterne, guck mal. Ja, wenn du diese Prime hast, musst du nichts bezahlen. Wenn du keinen Prime hast, musst du bezahlen anscheinend. Ja, und du guckst die ja, aber du kannst ja die auch kaufen. Dann hast du die komplett. Wie komplett? Ich kann die ja auch so komplett gucken. Ja, aber nur, wenn du Prime hast und monatlich zahlst. Jetzt hast du ja nur die Probezeit. Aber wenn du Prime hast und monatlich zahlst, kannst du die gucken. Ja. Aber du kannst die auch kaufen. Dann hast du die für immer. Ach so, das meinst du jetzt. Jetzt verstehe ich ja, was du meinst. Okay. Ja, aber ist doch billiger, wenn du Prime hast. Kostet nur 50 Euro das im Jahr. Wir haben jetzt keinen Festplatten-Receiver. Könntest du die auch zum Beispiel auf die Festplatte ziehen? 49,99 Euro. Dann kann ich ja besser so gucken. Ja. Du kannst ja alles gucken. Wenn du mir denkst, wenn du dir Dexter oder Walking Dead und was weiß ich nicht alles da kaufen musst. Was gebe ich dir noch? Mach mal Branded. Ja, genau. Dann mach mal, guck doch mal. Breaking Bad. Cool. Ich sag, mach mal Waterworld kommt Walking Dead. Ich sag, mach mal Braindead kommt Breaking Bad. Tschüss. Wir gucken jetzt hier weiter Amazon Prime und wir sehen uns dann morgen wieder, ihr Hübschen. Tschüss. 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 Tschüss.